Frieda und ich vertrauen uns blind und deswegen sind wir als Team unschlagbar. So, da haben wir die beiden. Mia, 14 Jahre jung und sie hier, Frieda, 2 Jahre alt, Labrador-Hündin. Also auch 14. Ja, sagt man ja so, ne? Ein Hundejahr, gleich 7 Menschenjahre und die beiden haben eine ganz enge Verbindung. Werden wir jetzt hier gleich im Parcours sehen, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist der Auftakt dieser dritten Show. Gleich die erste, ist ja gemein. Super. Bleib, bleib und komm. So, auch da wieder ganz klar das Signal. Vor, 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 zack, zack, zack. Super, boah, guck dir das an, der sprung da rein, ins Bällebad. Also das ganz ohne Angst, ohne Respekt. Mia, legt los mit Frieda. Schleck, 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 schleck. Ja, die Schleckstation ist ein ganz neues Hindernis. Der Hund muss eine leckere Paste abschlecken. Darunter verbirgt sich ein Zahlencode. Den tippt Frauchen oder Herrchen ein und die Tür geht auf. Und ich will weiter stecken. So, jetzt Basketball drauf, mit beiden Pfoten irgendwie und dann wird das Signal ausgelöst und dann fliegt der Ball in den Korb. Super geregelt. Jetzt das Hundebowling mit Stöckchen und dann abräumen. Also das ist mal ein Auftakt in diese Show. Zwei, drei verpasst da vorne. Ja, ist ja egal. So, zack, super. Da sieht man was für eine Kommunikation. Diese kurzen Schritte nach hinten, der Hund dreht sich nicht um. Klasse. Das ist unfassbar bis hierhin. Super gut. So, nochmal zurück. Ja, noch, ja und noch einmal. Noch einen, noch einen, noch, komm, hier. Ja, macht sie auch mit dem Stock. Das kostet jetzt ein bisschen Zeit leider. Aber das sah so super aus. Die eine Minute, die haben wir im Blick bis hierhin. Topzeit. Wieder buddelt. Und buddelt, buddelt, buddelt. Jetzt wird gebuddelt, dann ist der Ring darunter. Den gilt es irgendwie anzuschnüffeln. Und dann wird die Brücke ausgelöst, geht runter, dann dürfen beide rüber. Und das ist eine richtig gute Zeit bis hierhin. Wir sind bei noch nicht mal anderthalb Minuten. Und der Lassi an sich ist ein Wasserhund, sehr häufig zumindest. Gilt das auch für Frieda? So, Mia oben rüber mit der Sipplein und Frieda mit dem Sprung rein. Ja, aber an Land, da drüben. Ja, aber warte mal, warte mal. Aber da war der Ball, da war der Ball. Genau, und jetzt sag ich dir was, das geht unter zwei Minuten hier über die Bühne. Das wird so 1.45. Das ist eine super Zeit. Komm, Frieda, wo ist die Mia? Da ist sie. 1.47.19. Was für ein Auftakt. Also das ist eine Ansage am heutigen Abend von diesen beiden, unserem jungen Duo. Ganz, ganz toll. Mia und Frieda. Komm, Frieda. Schwein, Frieda. Wahl. Am Entschuldigung. Also das ist eine gute Zeit. Das ist eine gute Zeit.